Der Ghost von Sunmai dürfte zu den eher unbekannteren Kurznoppenbelegen auf dem Markt zählen. Was mit dem günstigen Teil so möglich ist, zeigen wir euch in diesem Video. Der gerade einmal 17 Euro teure Sunmai Ghost kommt vakuumverpackt in Folie eingeschweißt daher. Ein Indiz für den eingebauten Frischklebeffekt. Optisch präsentiert sich der Ghost nach dem Auspacken mit seinen kurzen, geraden und geriffelten Noppen. Unten drunter klebt ein mit Frischklebeffekt versehener, feinporiger, orangefarbener Schwamm. Zusammen bringt das Gummi ungeschnitten etwa 39 Gramm auf die Waage. Gefühlsmäßig bringt der Drucktest mediumharte Noppenköpfe und einen mittelharten Schwamm ans Tageslicht. Nach dem ersten Dotz-Test würden wir die Geschwindigkeit des Ghost sicherlich im unteren Offensivbereich einordnen. Und nun ab damit an den Tisch. Der Ghost ist von Beginn an wirklich sehr gut zu beherrschen. Durch die relativ hohe Grundsicherheit im aktiven Konterspiel wirkt die Kurznoppe sehr einsteigerfreundlich und kann mit leicht angepasster Noppeninnentechnik gespielt werden. Wenn man sich an den flachen Ballabschwung gewöhnt hat, lassen sich die Bälle auch druckvoller spielen. Mit ein wenig Handgelenkseinsatz bekommen die Flugkurven auch einen leichten Bogen und ordentlich Tempo. Im Kurz-Kurz-Spiel wirkt der Ghost zunächst etwas zu katapultig. Die Bälle steigen hier relativ hoch heraus und sind dabei relativ schnittlos. Um dem entgegenzuwirken, sollte man die Bälle kurz nach dem Aufsetzen in der aufsteigenden Phase spielen. Überraschend gut spielt sich der Ghost in der Eröffnung. Wenn der Handgelenkseinsatz passt, lassen sich hier durchaus rotationsreiche Topspins spielen, auf die man anschließend mit Schüssen entsprechend nachgehen kann. Eine weitere Stärke zeigt der Ghost im tischnahen Block-Spiel. Durch die relativ schnittunempfindliche Kurznoppenstruktur können ankommende Topspins mühelos weggeblockt werden. Dabei kann man als Gegenspieler eine Art Dropkick-Effekt feststellen. Der geblockte Ball beschleunigt also nach dem Aufprall überraschend. Zwar bietet der Ghost auch im passiven Spiel sehr viel Kontrolle, erzeugt dort aber keinen nennenswerten Stör-Effekt. Gleiches Verhalten zeigt der Ghost auch beim Bringen aus der Halbdistanz. Dies führt zwar zu relativ langen Beiwechseln, stellt aber den Gegner vor keine allzu großen Probleme. Zwar berkannend heißt der Mot�도uz von Rücks Multif Authent. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020